Hier ein kleiner Katzentest mit Ulrich, aber er ist sehr interessiert an der Katze. Schauen wir mal, die ist eine, die jetzt nicht zu viel Geduld hat. Okay, dann, 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 dann. Schauen wir mal, okay. Hey, Ulrich, Ulrich. Also er ist auf alle Fälle mal super gestresst. Das ist einmal immer ein Nachteil, bei welchen Tests. Hey, okay. Hier ist wieder mein roter Kater. Und wir schauen einmal, ob der Ulrich auf ihn auch so reagiert. Wir bleiben jetzt einmal da stehen. Gato, gato. Ulrich sieht ihn entweder nicht oder er ist im Wurst. Wie so was. Oh nein, okay. Also er ist einmal, er ist einmal ein bisschen aufgeregt, der Ulrich. Also mein Kater ist wirklich fantastisch. Ich weiß es nicht beim Ulrich. Also im Moment, er will zwar hin, aber ich weiß nicht, was er dann effektiv machen würde. Ulrich, Ulrich. Er ist ein armer, kleiner Zwerg, der wirklich super, super gestresst ist. Hey, Ulrich. Ulrich. Also ich hab das Gefühl, wenn er nicht so wild ist, dann würde die Katze ihn auch... Also wenn der vom Stress runter ist, kann ich mir nicht vorstellen, das ist der, was der Katze macht. Hey, hey, hey. Hey, passt da, das reicht jetzt. Hey. Hey. Chоров. Vielen Dank.